Charlelos ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der 4. Spielgeneration und kann sich zu Gastrodon weiterentwickeln. Charlelos in dem westlichen Meer zeigen einen weißen Unterleib, der mit einem gelben Streifen von dem pinken oberen Teil abgetrennt ist. Auf seinem kleinen Rücken findet man stachelähnliche pinke Spitzen und auf seinem Kopf befinden sich Fortsätze, die wie Anemonen aussehen. Bei shiny Exemplaren ist der Oberkörper orange-rot gefärbt und die Form kommt vor allem in warmen Gewässern vor. Bei Charlelos im östlichen Meer ist der Unterleib grün, dieser wird von einem gelben Streifen von dem hellblauen Oberteil getrennt. Es hat am Rücken zwei Flossen, die ebenfalls hellblau und von einem gelben Streifen umrandet sind. Auf dem Kopf trägt es zwei hörnerartige Gebilde, die an zwei kleine Flügel erinnern. Diese sind an der Basis des Kopfes blau, die Spitze ist weiß und in der shiny Form haben östlicher Charlelos einen eher lehmfarbenen Unterleib und der Oberteil geht in einen hellten Kies über. Diese Form trägt es in eher kalten Gewässern. Dabei nutzt es vor allem sehr viele spezielle Attacken wie beispielsweise Aquaknarre, Lehmschelle oder auch Antikraft. Aber ansonsten zum Beispiel auch Statusattacken wie Härten und Genesung. Seine Fähigkeit, die es haben kann, ist entweder Klebekörper und verhindert das Itemliebstahl durch den Klebeeffekt oder es kann die Fähigkeit Sturmsug haben, wodurch es Wasserattacken absorbiert und den eigenen Spezialangriff steigert. Und die versteckte Fähigkeit ist die Sandgewalt, wodurch manche Attacken in Sandstürmen besser wirken und das vor allem bei Gesteinsboden- und Stahlattacken. Charlelos ist ein kleines, schneckenähnliches Pokémon, das sich auch an Land fortbewegen kann. Doch ist das Pokémon darauf angewiesen, seinen Körper stets feucht zu halten, weswegen es in der Nähe von Gewässern und Küstengebieten lebt. Um sich zu schützen, sondert es einen lilafarbenen Schleim wie Angstschweiß ab, wenn man es drückt. Auch wenn dieser nicht giftig ist, ist er so klebrig und schleimig, dass er sich nur schwer wieder abwaschen lässt. Charlelos bildet Gruppen mit Artgenossen und legt ein friedliches Verhalten an den Tag. Es ernährt sich von Plankton. Je sauberer das Meer ist, desto heller erstrahlen seine Farben. Charlelos ist ein Pokémon, das in zwei verschiedenen Formen auftritt und den Formen gemeint ist der sehr weiche Körper mit kurzen Weichen und der große Kopf mit einem breiten, zahnlosen Mund. Es ist aber umstritten, welche Einflüsse seiner Form hervorrufen, doch scheinen Faktoren wie sein Futter und seine Umgebung seiner Form zu beeinflussen. Auch schade, dass stark ausgeprägte Regenerationsfähigkeiten haben die Aufmerksamkeit der Wissenschaft erregt. Dabei ist es der erste Teil der Zwei-Stufen-Entwicklungsreihe und kann sich auf Level 30 zu Gastrodon weiterentwickeln und auch dort hat es dann weiterhin eine westliche Form und eine östliche Form, in der die Farbgebung behalten wird, mal deutlich größer und schwerer wird. Und mit seinem Typen Wasser nimmt es halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Wasser und Eisattacken. Hat es die Fähigkeit Sturmsorg, wird es sogar immun gegen Wasserattacken. Doppelten Schaden nimmt es gegen Pflanzen und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.